Die Prophezeiungen des großen Seers Nostradamus Das Jahr hatte begonnen mit einem Übergang vom Dezember 2020, der wirklich nicht vielversprechend war und ist. Schon für den Januar waren nicht die erhofften Hinweise da, dass das Jahr gut beginnt. Seit einem Jahr leben wir schon mit Corona und wer hätte von uns geahnt, dass so ein Virus die ganze Welt mit dieser Seuche lahmlegt. Und das für eine so lange Zeit, die noch lange nicht zu Ende ist. Nostradamus hatte uns seinerzeit schon gewarnt und angekündigt, dass wir wie im Dreißigjährigen Krieg mit einer neuen Seuche heimgesucht werden. Und wir werden erleben, was damals in Europa geschah, als die Menschheit von der Pest befallen wurde und diese Seuche die Menschheit hinwegraffte. Seine Prophezeiung lautete in der 6. Zenturie Vers 5 Die riesige Hungersnot folgt der Pestwelle nach dem langen Regen am Nordpol. Semmatobrün und hunderte Orte der Halbkugel leben ohne Gesetz, befreit von der Politik. Jetzt werden wir, jetzt werden von uns Mut und Beharrlichkeit gefordert. Dieser Januar konnte uns die erhoffte Erleichterung nicht bringen und wir sollten froh darüber sein, wenn keine massiven Verschlechterungen eintreffen. Wir müssen lernen und begreifen, unsere Selbstdisziplin zu entfalten und bereit sein, eine neue Art der Lebensfreude zu schaffen. Gerade deshalb, weil für uns sonst alles viel zu heftig und belastend wird. Wir fühlen uns ja schon ausgeschlossen von Freundschaften und Geselligkeiten. Das Virus lehrt uns, Liebe und das Aufeinanderzugehen neu zu lernen. Und genau das brauchen wir in Zukunft. Trotz allem sollten wir den Mut nicht verlieren, weiter die Hoffnung zu haben, dass wir diese Pandemie mit Disziplin bekämpfen können. Denn dieses Jahr hat auch sehr gute Konstellationen, die uns glückliche Zeitspannen bringen. Leben wir also weiterhin diszipliniert. Dadurch helfen wir uns, unseren Lieben und der gesamten Menschheit. Das ist das kleine Geheimnis. In hoffnungs- und lichtvoller Liebe, eure Deria.